So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator und wir müssen ganz schnell abhauen von hier, weil hier wird geschossen. Ihr merkt das schon. Wir spielen Red Dead Revention. In der letzten Folge haben wir diese zwei runde, hübschen Ladies befreit. Oh, du hast den Hut verloren. Und wir müssen jetzt weg von hier. Wir haben erfahren, dass der Mika der Verräter ist. Und ich hab's doch gewusst. Ich hab's ganz genau gewusst. Ja, Lixx hat uns alle verraten. Und jetzt... He, und jetzt packen wir mal die Dicke aus, he? Yeah... Wir sind Bierianer. Wir sind Bierianer. Oh, nice. Ohohoho, lustig. Hey, I'm good. You see any more of him? No. Oh, wait a second. Ich hab's mit Tillie und Jack. Ich bin mit Tillie und Jack. Es passiert so schnell, ich kann nichts tun. Es ist okay. Jack und Tillie sind gut. Ich bin mit ihm. 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 Er, da ist kein Zeitpunkt. Da ist Zeitpunkt. Was ist mit John? Wo ist John? Ich bin mit ihm. Ich denke... Arthur. Er... Was? Er wurde getötet oder er wurde getötet. Er wurde getötet. Ich bin wirklich Entschuldigung. Abergill. Ich war auf dem Auto und ich habe nicht gesehen. Nein! Listen. Nein! Wir haben Jack. Er ist sicher. Mrs. Adler wird dich zu ihm. Aber... John... Ich möchte dich wissen, dass er dich liebte. Er liebte dich. Er liebte dich. Und Jack, er liebte. Er war nicht perfekt, aber er liebte. Du musst ihn holen. Komm, raus. Er liebte dich. Was? Arthur, was du machst? Ich muss einen kleinen Gespräch machen. Bevor ich mich nicht mehr fühle. Nein, Arthur! Er liebte mich nicht, Arthur. Nein, ihr liebte mich nicht. Nicht jetzt. Sie wissen beide. Sie sind gute Frauen. Sie sind gute Leute. Die Besten. Sie holen ihn. Es wird Zeit für Sorrow-Lady. Sie sind gut. Sie sind gut. Sie sind gut. Sie sind gut. Ich habe es nicht mehr. Was ist das? Sie sind eine Karte. Sie sind in den Karten. Sie sind nach dem Weg. Sie sind unter einem Wagen. Die Karte. Die Karte. Sie sind alle unsere Geld. Ich weiß, dass John sagte, ich wusste, wo es war. Sie sind ganz gut. Sie sind immer ein guter Thief. Sie sind schon die Wagen. Sie sind es schon. Sie sind ein guter Thief. Entkommen hier raus? Oh ja. Es geht dem Ende entgegen, Leute. Es geht richtig dem Ende entgegen. Es geht dem Ende entgegen, Leute. 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 Das ist die Wahrheit. 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 Ah, er hat er! Ah, die haben doch gar keine Chance, Mann. Ich kenn mich aber in den Höhlen nicht aus, Mann. Find them and kill them! Let's go, Arthur! Push! Those bastards left me for dead. Seems that's what they do now. Let's keep moving! Michael was the rat, John! Milton told me! We should have killed him months ago! Keep going! Hey! Hold it right there! Kill him! Are you alright, Arthur? Arthur! I'm with you! Keep going! Arthur! You go up first! I want to knock him out! I want to knock him out! Get him for a rock! I want to knock him out. Abigail! Abigail's safe! Jack! Where are they? That was Sadie... Copperhead London. Danke. Bruder. Ich will, nicht zurück. Wie gesagt. Ihr nehmt dicke Schrotflinte, weil die ist aber rüber. So, sie braucht schon drum kümmern. Ruhig, Arthur. Ruhig. Fingertons auf der links. Sie werden die anderen beschäftigt. Sie sind alle Opferisten. Komm, wir gehen. Sie sind überall. Wir müssen gehen. Komm, Arthur. Irgendwie reitet mein Gaul grad wieder nicht. Ja. Mein Gaul ist tot? Mein Gaul ist tot? Komm, komm. Komm, komm. Komm, Bruder. Komm, komm. Ihr habt Pineapple Pizza getötet. Komm, komm. Push, Arthur. Pineapple Pizza. Danke. Arthur. Komm, Arthur. Komm, Arthur. Ja, komm. Ich geh das Geld holen. Ich geh das Geld holen. Hier. 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 Ich gehe das mit dir auf. Ich finde dich, John Marston. Gut Bueno. Alter, du glaubst es nicht, Mann. Haben wir eigentlich noch irgendwie, äh, nein, haben wir nicht. Ah, oder warte mal, vielleicht haben wir die noch irgendwie hier. Ich kann die nicht looten? Nein, ich habe keine Taschen mehr zum Looten. Deswegen kann ich nicht mehr looten. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, was das los, der weiß doch in den Hörgel? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Put'em down! Where are you, Dutch? What? No, no. My car! Save your breath, Morgan! I've been waiting to kill you, my car! I've been waiting to kill you, my car! I've been waiting to kill you, my car! You should've run when you had the chance! Na, komm her! Du Arschloch! Dutch! Hau'n die von mir ab, oder was? Hau'n die von mir ab! Hau'n! 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 Hau'n die von mir noch genug Munition, Mann! Mika, you dirty rat! Jetzt kommt's zum finalen Endfight, Mann! Ich glaub, das war der... Mika is the rat, Dutch! Was? Ah! Hau'n die Höhle! Hau'n die Höhle! Ich finde das Geld! Unter irgendeinem Wagen ist es versteckt! Ah, da hinten. Okay. Ja, wahrscheinlich unter dem Wagen. Zwei und vier. Läuft, Leute. So viel. Der hätte mir schon lang verschwinden können. Jetzt passiert wahrscheinlich ein Triggerpoint. Jetzt kommt es zur finalen Szene wahrscheinlich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wie man ausweicht oder sowas. Was ist das? Oh, ich weiß. Du verdammt Sneike. Sneike? Okay. Und du bist ein Vulture. Robin Dutch nach allem für dich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich kann eh nicht mehr viel machen, ne? Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Oh, mein Gott. 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 Ich hab dich, Dutch. Dann wird er hier wieder zurück, um uns zu retten. Wie ich sagte, dass er... Ich komme, was ich ist. Du rat. Ich bin kein Rat, Blacklow. Ich bin, Micah. Du bist ein Rat. Nicht Molly, Dutch. Das ist er. 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 Nicht Molly. Nicht Miss Grimshaw. Nichts. Nichts. Du stirbst, Blacklung. Und du bist verrückt. Lass ihn uns auf, Dutch. Komm, Dutch. Du musst gehen. Dutch. Let's go. Nein. Ich werde niemals... ...Dutch! Ich werde niemals... Well... Ich muss sagen, Arthur. Ich muss sagen, Arthur. Ich werde nicht auf dich sein. Ich werde niemals überden. Es war sehr viel Zeit. Es ist jetzt schon mal... Deter. Bernd. Es ist ein Job. Ich glaube jetzt, das war das schlechte Ende von Red Dead Redemption. Boah, das war ein schreckliches Ende. Einige Jahre später. Das Rad. Das war's. Das war's. Das war's. Ich glaube so. Ich muss einen Ort finden, zu einem Ort zu bleiben. Bleib ruhig. Vielleicht war das richtig. Vielleicht sollten wir einfach nach Tahiti gehen. Das ist es mit dir? Tahiti oder Böden? Komm schon, John. Bitte versuchen. Wir versuchen, was? Wir müssen irgendwo leben, für mehr als ein paar Wochen. Okay. Wir schauen, was wir finden können in... in Strawberry. Was wissen Sie über die Strawberry? Ich weiß, dass sie gut, ehrlich sind, schwerwerken sind. Viel mehr als die Gefängelte. Also machen Sie sich gut und ehrlich. Ich bin immer ehrlich. Vielleicht nicht immer gut. Aber ich bin immer ehrlich. Ich bin immer noch ein Schmerz. Ich hab meine ganze Leben überrascht, mit moralen. Hier ist die moralen. Schau mal für Leute. Schau mal für Leute. Stopf versuchen, sich als ein Hörer in einem Buch zu sein. Was wissen Sie über Hörer in einem Buch? Mein Buchkennusser ist ziemlich gut. Ich lerne aus anderen Buchkennusser. Dann, die Buchkennusser sind. Die Buchkennusser sind Jack's. Und, also... Vielleicht macht er die meisten von der読enden, aber trotzdem. Du bist eine schlechte Influenz auf deine Mutter, Junge. Junge? Entschuldigung, Herr. Was war das? Ich sagte, du bist eine schlechte Influenz auf deine Mutter. Mit deinen Büchern. Welche Büchern war das? Du kennst, das Dime Novel, oder Boy Calloway und die Männer von der Moon, oder was auch das war. Ich mache mein Bestes für einen besseren Buchstaben, Pop. Ist das was du, dann? Wester tales? Boy. Was ist das, Herr? Du magst die Tales des Wild Westen? Nicht so viel. Anymore. Ich habe schon über die Nights. You know, auf der Roundtable. Wir wollen Jack fallen und ihn in den Kopf wiederholen. Der König. Was ist der Name? Es ist King Arthur. Und es ist Sir Lancelot. Und die Frau Glidebier. Und ein ganzes andere. Ich bin immer gespannt, was da jetzt noch passiert. Ich glaube, du hast etwas gesagt. Ich glaube, du hast etwas gesagt. Ich bin auch. Warum schau dich nicht hier? Ich gehe, was für ein gutes, honestes Arbeit ich finde. Grave zu sehen? Oder ein Knochen? Oder ein Knochen? Oder ein Knochen? Ich auch. Wir sehen, ob ich und der Junge und der Junge finden können. Wie bist du, Herr? Help wanted to play with him. Ich hoffe, dass ich dir helfen kann. Ich habe das Help wanted signiert. Natürlich, aber du bist ein bisschen alt, um zu spüren und zu spüren, oder? Ich bin nicht zu stolz, um nichts zu machen. Wenn es ehrlich ist, und es betrifft. Die Zeit ist schwer, Herr... Milton. Jim Milton. Ja, meine Frau und ich und unser Junge. Wir wurden verabschiedet ein paar Tage vor. Glück, dass wir mit unseren Leben waren. Jetzt... Wir brauchen Geld. Es gibt keine Schmerzen. Ja, erzähl mir über das. Wagen? Ja, sicher. Dann könntest du ein paar Geräte nach Pronghorn für mich fahren. Du weißt, nach West, Pasto und Gila. Dann folgst du nach links. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich bin sicher, dass ich ihn finden kann. Ich kann jetzt gehen, wenn du möchtest. Es ist ein Ort. Gut, Herr. Wo ist die Wagen? Es ist nur draußen. Ich sollte sagen, meine Frau. Und dann kann ich zurückkommen. Meine Kinder können dich auf, während du findest. Okay. So, ich glaube, ich würde mal sagen, wir machen erstmal Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Das soll so ein bisschen den Abklang wahrscheinlich bringen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da noch wie ein kleiner Höhepunkt kommt, bevor es dann wirklich zum Ende hingeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssbgg. Jetzt, boo- нимb".